Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge, das ist Shop-Folge. Deswegen wollen wir gleich mal schnell in den Shop gehen und gucken, was es da so gibt. Also bei den Angeboten, noch ein paar Stündchen haben wir da Kürbis Messenger 1 und 2, also Ober- und Unterteil. Morgen wird das ja erneuert oder aktualisiert und wo unten die normalen Dinge. Den Sammler als Farbe. Naja, ist nicht so meins, die Pixel-Tarnung. Finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Den Spitznamen Eierbefreier. Dann die Stock-Enter als Oberteil. Naja, dann die Farbe Mokka. Ich finde eigentlich solche Farben ganz cool, die so ein bisschen glänzen, aber trotzdem würde ich mir die nicht holen. Und die T-Rex-Farbe ist zwar legendär, aber die hole ich mir auch nicht. Also im Großen und Ganzen wieder ein Shop, der ja nichts Tolles vorgebracht hat. Deswegen hoffen wir einfach mal auf morgen und dann freue ich mich, wenn ihr wieder da seid und mir zuschaut. Ich würde mich auch über ein kostenloses Abo freuen, damit ihr mal up-to-date bleibt, was die Fallgeist-Infos angeht. Und über ein Liked würde ich mich natürlich auch freuen. Also, macht's gut bis morgen. Ciao.